Colitis ulcerosa, chronisch kranke Darm Wer an Colitis ulcerosa leidet, wird von einem dauerhaft kranken Darm meist sein Leben lang begleitet. Colitis ulcerosa ist chronisch, was bedeutet, dass die Beschwerden sehr lange, unter Umständen ein Leben lang anhalten können. Dabei entzündet sich die Darmschleimhaut und es bilden sich Geschwüre. Ursachen von Colitis ulcerosa Warum manche Menschen an Colitis ulcerosa erkranken, ist noch nicht völlig erforscht. Es stehen mehrere Ursachen im Verdacht, die Krankheit auszulösen. Dazu gehören die Ernährungsweise, psychosomatische Ursachen, Infektionen sowie Autoimmunreaktionen. Es kann sein, dass eine Kombination dieser Ursachen Colitis ulcerosa auslöst oder auch nur eine einzige Ursache ausreicht, um die Krankheit zum Ausbruch zu bringen. Die Krankheit mit dem etwas komplizierten Namen ist eine Entzündung der Darmschleimhaut des Dickdarms. Männer sowie Frauen sind gleich häufig davon betroffen. Meist tritt die Erkrankung im Alter zwischen 25 und 35 Jahren in Erscheinung, kann jedoch auch jüngere oder ältere Personen betreffen. Die Entzündung beginnt im Mastbedarm und schreitet dann immer weiter Richtung Dünndarm voran. Die Entzündung beendet ihre Wanderschaft am Übergang zwischen Dünndarm zu Dickdarm. Meist treten die Symptome in Schüben auf, zwischen denen Betroffene oft lange Zeiträume völlig beschwerdefrei sein können. Oft wird Colitis ulcerosa mit Morbus Crohn verwechselt. Ein Arzt kann aber anhand der Symptome genau unterscheiden. Jeder Betroffene empfindet die Beschwerden, die durch Colitis ulcerosa ausgelöst werden unterschiedlich ausgeprägt. Fakt ist, die meisten Betroffenen sehen die Erkrankung besonders während der Schübe als Belastung ihres Alltages an. Folgende Symptome sind möglich, Colitis Schmerzen im Unterbauch Die Bauchschmerzen treten meist in der linken Hälfte des Unterbauches auf und können sich coligartig bemerkbar machen. Drang nach Darmentleerung Betroffene haben überdurchschnittlich oft das Gefühl, zur Toilette zu müssen, um den Darm entleeren zu müssen. Die Stuhlmenge selbst erhöht sich nicht, so dass es nicht immer beim Toilettengang auch zur Darmentleerung kommt. Blut die schleimige Durchfälle Die sehr quälenden Durchfälle treten unabhängig von der Ernährung auf und können Betroffene auch nachts quälen. Der Stuhlgang ist meist sehr schmerzhaft und recht schleimig mit deutlichen Blutspuren. Je nach Schwere des Schubes können 5 bis mehr als 8 solcher Durchfälle pro Tag auftreten. Herzrasen Bei schweren Schüben können sich auch Herzrasen zu den Symptomen gesellen. Man nimmt an, dass dies durch die Elektrolytverluste entsteht. Daher sollten bei schweren Schüben die Blutwerte hinsichtlich wichtiger Elektrolyte regelmäßig kontrolliert werden. Blutarmut Blutarmut Die häufigen Blutungen bei schweren Schüben können zu Blutarmut führen, die dann die durch Schmerzen und Durchfälle entstandene körperliche Schwächen noch weiter verstärkt. Fieber Je heftiger der Schub, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass die Entzündung auch Fieber ausschlöst. Die Entzündungswerte im Blut sind ebenfalls erhöht. Körperliche Schwäche Schmerzen, Durchfälle, Gewichtsabnahme und oft auch Fieber führen zu körperlicher Schwäche. Je ausgeprägter der Entzündungsschub, desto größer die Auswirkungen. Bauchwelche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Je nach Schweregrad des Schubes gibt es unterschiedliche Therapieansätze. Es kann sein, dass bei einem Patienten eine Therapie anschlägt, die beim anderen Betroffenen keinerlei Wirkung zeigt. Hauptsächlich wird der Arzt dann entzündungshemmende Medikamente verschreiben. Zusätzlich können helfen, entzündungshemmende Ernährung, Verzicht auf tierische Produkte, Rauchverzicht, Alkoholverzicht, Therapien zu Stressmanagement, Verzicht auf reizende Lebensmittel, Säuren, Kohlensäure, scharfe Gewürze, Gerbstoffe, Einläufe parentaler Ernährung, Infusion, Elektrolytpräparate, Bluttransfusionen, Wurmtherapie mit Peitschenwürmern, Antibiotika Ein allerletzter Ausweg ist die operative Entfernung des Dickdarms. Diese sollte aber erst dann in Erwägung gezogen werden, wenn alle anderen Therapieversuche fruchtlos blieben. Es wird gemeinhin dringend empfohlen, unabhängig von jeglicher medikamentöser Therapie auch psychosomatische Hilfe in Anspruch zu nehmen sowie zusätzlich Selbsthilfegruppen zu besuchen. Eine Operation sollte der letzte weg sein, wenn Patienten glaubhaft versichern, wirklich jede konservative Therapieform so lange ausspioniert zu haben, dass keine Erfolgsaussicht feststellbar ist. Oft ist eine erfolgreiche Therapie dann eine Kombination aus einer Veränderung von Ernährung, Psyche und Medikamenten. Komplikationen und Risiken Statistisch gesehen haben Colitis ulcerosa Patienten überdies ein höheres Risiko, an Krebs zu erkranken. Besonders Dickdarm- und Mastbedarmkrebs. Da das Immunsystem besonders während akuter Schübel von Colitis ulcerosa angeschlagen ist, haben Patienten ein höheres Infektionsrisiko. Daher sollte der Impfstatus stets aktuell gehalten werden und mit dem Arzt beratschlagt werden, ob beispielsweise eine jährliche Grippeimpfung sinnvoll ist.